120 Schläge pro Minute. Für ein Kind und seine Familie beginnt ein neues Leben. In der Zeit vor, während und nach der Geburt sind Hebammen wichtige Vertraute für Mutter und Familie. Sie betreuen unabhängig von Hautfarbe, Einkommen, sexueller Orientierung, politischer Einstellung, Alter, Herkunft und Religion. Mit großem Fachwissen unterstützen sie von der Familienplanung bis zum Abstillen des Kindes und beantworten offene Fragen einfach und verständlich. Dabei arbeiten sie autonom und verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, mit dem Ziel, die Frau und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Mit geübten Handgriffen und medizinisch-technischen Hilfsmitteln prüfen sie den Gesundheitszustand von Mutter und Kind. 98,4 Prozent der Geburten finden in Spitälern statt. Daher arbeiten die meisten Hebammen in interprofessionellen Teams. Nach der Geburt kümmern sie sich intensiv um den Gesundheitszustand von Mutter und Kind und helfen bei Schwierigkeiten im Wochenbett. Bis zu einem Jahr nach der Geburt können sich Frauen mit Fragen an ihre Hebamme wenden. Das wissenschaftlich fundierte Studium mit einem hohen Praxisanteil bereitet dich auf deinen Beruf als Hebamme vor. Bewirb dich jetzt für dein Hebammenstudium an der FH Campus Wien.